ja und damit herzlich willkommen zu einem neuen let's play und wir spielen stray wo meine kleine katze spiel in der zukunftsmäßigen welt also viel weiß ich noch nicht außer dass man dann halt diese postapakalyptisch unterwegs sind dass man dann roboter sehen werden etc aber was genau passiert das weiß ich noch nicht aber ich habe schon sehr sehr darauf gefreut dass es kommt und jetzt ist es endlich da und wir schauen uns das mal und ich würde sagen wir starten das spiel und ich habe mal ganz kurz für drei minuten mal reingespielt haben zu schauen ob alles funktioniert wir fangen von ganz von vorne an sieht jetzt schon wunderschön aus auch wenn das wetter besser sein könnte ich hätte das wetter gern hier momentan ist es echt heiß das sind die mitte katzis das sieht cool aus mega und da sind wir also wir können uns hier so frei rum bewegen und schaut euch mal wie süß der kleine mann ist und es gibt dann immer wieder so punkte wo man interagieren kann was ich gesehen habe wie zum beispiel bei ihm da können wir jetzt gut drücken ja das ist gut zusammen das ist so süß aber der katzensimulator dann schlechthin und da geht es ziemlich tief drunter ich bin mir mit dir auch noch aber ich bin jetzt meine katze kuschelt werde ich dann auch später machen das spiel kriege jetzt schon mal niedlichkeitspreis ich bin davon aus dass ihr wie so meine brüder oder ist auch meine mami dabei ich kann es nicht sagen ok access control system muss ja mal nix machen okay jetzt kann man es dazu legen und starten den nächsten tag ich habe bestimmt bei echten katzen ein bisschen motion capture gemacht das wirkt nämlich alles sehr flüssig ich glaube auch dass in dem spiel nicht sehr viel geredet wird sondern dass einfach die umgebung und die situation für sich spricht außer also macht es zumindest ein paar videos in die roboter reden dann später sieht das geil aus innerhalb der mauer der mauer von was aber was auch immer das mal hier gewesen ist es ist schon lange her als das hier mal gut ausgesehen hat ich werde aber auch gern selber runter gelaufen bestimmt jetzt wie so ein autotod jetzt hier am anfang ok ich würde erstmal nach hinten gucken mit shift kann ich schon mal sprinten ah spaces hoch springen ok mit linke alt war es da kann ich maunzen ah das ist so cool ich glaube mega freude also ich würde sogar mit meinem Taylor spielen das ist wie so die anderen zum rufen oh so cute ach ok ganz katzentypisch wenn ich schnell links und rechts klicken dann kann ich hier kratzen ich wünsche meine würden das nicht beim sofa machen da sollte man vielleicht nicht nach unten gehen was ist das was ist das was ist das ach so trinken ach so trinken oh ok gehen wir weiter hier also für irgendwas wollten sie sich hier abschotten ich gehe davon aus wir gehen da ins innere rein das aber rechts also sie blockieren wie mein weg ich kann das noch vor oh ja das machen wir auch da geht es wirklich tief runter alter alte space mit Sprünge zu verknüpfen ach halte äh ok das ist einfach also bis jetzt ist die Steuer wirklich idiotensicher also ideal für mich so weiter hier ob sie dann auch eine Jagd umgesetzt haben damit ich irgendwie oder dass ich halt irgendwie regelmäßig fressen muss weil ich aber so das machst du nicht gut auch es gibt ja überhaupt gar kein Interface hier noch nicht zumindest oh geile Ansichten oh oh gibts euch mit ok das hat es bleibt ein bisschen schräg aus die süßen oh was muss die halt ja wobei hier verschwindet so ein bisschen den Boden äh oder halte um etwas anzuschauen achso das ist wie ich reinzoomen ok uuuh das reagiert uuuh das reagiert oh 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 no die anderen zumindest noch oh oh gehts dir gut oh 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 mein Gott No Nein Oh, muss jetzt gerade am Anfang schon so theatralisch sein Oh, kriegen wir jetzt Hilfe Okay, was sind das für Viecher Oh, der Arme Und hier runter Oh mein Gott Wow, da hat man jetzt echt mega Glück gehabt Okay Oh, wir hinken nicht mehr Oh, sehr gut Jetzt habe ich mich gerade selber ein bisschen erschrocken Okay, ich glaube wir müssen hier rein Errungenschaft freigeschaltet, Fehlsprung Naja Totenstadt Was zum Okay Kann ich an der Tür kratzen? Nee Aber ich kann auch marzen Da hat mich jetzt keiner Okay Kamera hat mich schon mal gesehen Oh so, es sieht jetzt nicht so aus Oh Der erste Roboter War das ein Kampf Menschheit gegen KI? Äh Achso, da kann ich nur wieder wie rauf Okay Was? Human personnel only Okay Was? Help Okay Da drüben kann ich jetzt nicht Ja, fliegt doch bloß nicht rein Ähm Ja, hier rüber bitte Hm Was? Follow me Ja, jemand hilft uns Mega geile Atmung Hä? Huh? Hä? Was soll ich denn damit machen? Ähm Ich würde sagen Wir gehen mal hier rauf Ah Ah Cool Cool Das ist ja Physik Na wie geil Das ist so eine typische Katze. Ja, okay. Hier kann ich das drauf. Ähm. Ich will das einfach mal drüberjumpen. Also ich muss die... Ah, okay. Ähm. Wieso kann ich da nicht drüber? Na? Ich will das drüberjumpen. Ah, jetzt. Äh. Follow me. Äh, okay. Na, komm. Ah, verstehe. Ja, pass auf auf die Scherben hier, ne? Uh. Was? Oh nein. Geil. Kann man auch noch den Teppich hier ruinieren. Oh, der ist noch schöner noch dazu. Ja, aber jetzt hat er Farbflecken drauf. Also von daher. Oh ja, natürlich auch hier wieder die Sachen runterschmeißen. Klar. Und trinken vermutlich mal. Ja, stärk dich mal. So ein Kühlschrank kühlt er ganz besser, wenn er zu ist. Was sind die denn alle? Oh. Kann ich das mal... Oh. Ja. Sag ich auch. Was sind das für Viecher? Wir machen irgendwas an dem Roboter. Oh, wow. Okay, schade. Ja, ich hätte dir gerne geholfen. Was auch immer du hast. Ähm, wo muss ich jetzt hin? Ähm. Ähm, ähm, ähm. Das ist zum ersten Mal der Part, wo ich jetzt selber denken muss. Ähm. Also hier geht's... Kann ich nicht jumpen? Hier kann ich jumpen. Was ist hier? Achso, okay. War ja einfach. Überhaupt kein Problem. Oh. Gibt's jetzt Stress? Oh. Wisst ihr was? Ich bleib jetzt mal ganz kurz stehen. Ich will wissen, was passiert. Oh. Okay. Die absorben mich auf irgendeine Art und Weise. Cool. Also das sind die Gegner. Oh, shit. Vielleicht ist das so mit Unterkernproblem, was wir hier haben. Aber unter die Roboter... Warte. Lefthalp. Okay. Warte. Ich will dir weg. Ich will dir weg. Warte. 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 Komm, 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 komm. Schnell, 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 schnell. Geh, 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 geh. Geh, 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 geh. Nein, nein. Oh, scheiße. Nein, nein, nein. Geh, 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 geh. Oh, ich würde mir so gerne die Umgebung angucken. Aber ist ein bisschen doof mit den Viechern da. Nein, 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 nein. Komm, komm, komm. Okay. Oh, Gott sei Dank. Es ist bloß safe. Warum sind ja so viele Fernseher? Oh. Wir gehen aufs Mounzen. Interessant. Ähm, doof ist die da runter zu gehen. Hier. Gehen wir mal hier rauf. Kann ich? Ah, okay. Na ja, auf das kann ich wohl nicht rauf, oder? Ah, auf das kann ich aber. Jetzt? Ah. Ah. Ach, das ist dann... Alles klar. Aber hier hat es sonst nix mehr. Löse dies aus. Okay. Einmal auf die andere Seite. Kamera. So, da rauf soll man. Es ist schon cool gemacht damit, den LED-Anzeigen. So, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Muss ich jetzt... Hä? Glaubt ihr eigentlich, ich muss das wieder... Äh, so komisch drehen? Hm. Komisch. Jetzt bin ich gerade ein bisschen... Oh, da muss ich innen rein? Ah. Ah, okay. Ich muss innen rein. Und jetzt dann hier rauf. Okay. Dollarzeichen. Ist das unser Ziel? Endlich. Ja? Zu hoch. Okay. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Aber gut gelandet. Okay. War ja klar, dass das ein bisschen zu einfach ist. Na, komm. Lässt mich... Ne, so lässt du mich nicht so drüber... Ah, ich muss da wieder rauf. Okay. Immer Brett umstoßen. Na, schlaue Katze. Oh, ja. Soll ich auch. Ähm. Ich wünsche euch der eine dieser Klimaanlagen hier bei mir. Ähm. Okay. Äh, hat mir jetzt gerade was geantwortet? Ne, nur das Computer, was auch immer das ist, macht hier Geräusche. Okay. Na, auf hier. Na, auf hier. Jetzt. Ähm. Hier woher? Ne. Ach, ne. Die Lichter gehen wieder hier rauf. Alles klar. Nein, nicht runterfallen hier. Und jetzt? Ah. Ah. Wo kann ich da zu? Nice. Ah. Das ist jetzt wieder so ein Part, wo ich was reinschmeißen muss. Komm. Ist das da? Oder sowas. Alles klar. Stromhaus ist natürlich auch eine Option. Soll ich das mal mitnehmen? Ich schimm's mal mit. Oh, ich hab's nicht mehr. Okay. Ja, wir müssen natürlich wieder markieren. So süß. Geht dann auch langsamer. Ah. Was, brauche ich Hilfe? Ah. Na wie geil. Na wie geil. Ist das denn? Was ist körpererforderlich? Durch Tür gehen, einschalten. Jetzt weitermachen. Ist das geil. Ähm. Ja, wo ist diese Tür? Ach da. Jetzt. Wow, das ist eine ziemlich alte Festplatte für die Zukunft. Ähm. Geht hier das gleiche? Ziemlich abgespaced, was du da hier alles hast. Was soll ich denn hier was einschalten? Ja. Ach da. Cool. Ach, Moment mal. Kann es sein, dass ich da mehr von den Dingern brauch? Ah. Alles klar. Mach's mir recht. Oh. Okay. Ah. Hier oben. Da ist noch eins. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich noch da oben? Oh. Da oben ist auch noch eins. Komm. Ich spring mal runter. Okay. Das war ein Scudging. Okay. Oh ja. Tatsache. Cool. Okay. Okay, das sieht gruselig aus. Space. Und jetzt? Ja, so geht es auch. Ist mega merkwürdig. Ne? Hä? Ach, da willst du nicht runter. Okay. Ach, soll ich dich jetzt zusammenbauen, oder wie? Hä? Ich lasse das mal. Da. Hm, da kann ich nichts mit machen. Hm. Was soll ich mit dem kleinen Ding hier machen? Hier draußen was machen mit dem? Oh, Tatsache. Ach, das ist ein Minirobot da. Oh, Tatsache. 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 Das ist so geil. Oh, den kann ich wieder kaputt machen. No. Hä? Das hat funktioniert. Ich bin frei. Vielen Dank. Ich konnte den Kampf einfach nicht glauben. Eine Katze in der Totenstadt. Warum ist das so was Besonderes? Ich glaube, ich stich da meinen Namen an. Es ist scheinbar, als ob meine Erinnerungssprache korp... korp... korpiert ist. Und die Sprache klingt wie Japanisch. Ich bin so lange im elektronischen Netzwerk gefangen. Ich weiß, dass ich für einen Wissenschaftler gearbeitet habe, der hier gelebt hat. Kannst du mich B12 nennen? Da steht jedenfalls auf meinem Gehäuse drauf. Alles klar. Es ist gefährlich in der Totenstadt. Aber du scheinst dich gut im Griff zu haben. Ja, wir haben die Begegnung gemacht. War nicht sehr freundlich. Lass von dir verschwinden. Folge mir. In the top. Nicht allein. Hä, wo bist du jetzt? Hä? Nimmst du jetzt hin? Okay. Also, liebe Leute. Das war es erstmal für die erste Episode. Wir sehen uns dann gleich bei der nächsten. Hopp, es hat euch gefallen. Chilly. Bis zum nächsten Mal.